Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Conan Axe. Also ich bin der Dave, bin ich allein. Mit dabei ist der, die Lutetie. Hallo. Ja die Hallo Hallüchen. So, noch regeln wir uns hier lassiv am Strand. Aber, äh... Aber die Sonne geht unter, also müssen wir da aufbauen. Verdammt. Jedes Mal. Ähm, ja, mittlere Base kennt ihr ja schon, äh, haben wir gut ausgebaut, beziehungsweise nicht ich, sondern, äh, hier, ne, Baumeister Bob. Und, ja, äh, ich konnte mal wieder gute ein oder zwei Wochen wieder nicht spielen, äh, aber, äh, Blutezel hat weitergebaut. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Da laufen wir jetzt mal hin. Ja, ich sollte vielleicht mal einen Schluck Wasser vorher noch trinken. Sehe ich gerade. Ich hab mir deine letzten Aufnahmen ja ehrlich, ehrlich gesagt nicht angeschaut. Ähm, hab gehört, dass ich irgendwie da meine Monologe führe. Ja, ich hab irgendwie, ähm, mit OBS das letzte Mal echt Schwierigkeiten gehabt. Aber ich weiß nicht, woran das lag. Da es mir in OBS auch keinen Fehler angezeigt hat. Ich gucke jetzt auch schon immer ganz nervös, äh, auf den zweiten Monitor, bei der, beim Ausschlag von meinem Mikrofon. Aber, der ist da und ist in Ordnung. Ähm, vielleicht, vielleicht war es auch was anderes. Huch, hab ich dich jetzt tatsächlich mit dem Vieh verwechselt? Nein, ne? Haha, du verwechselst mich doch nicht mit deinem GNU, oder? Ähm, zack, platt, okay. Äh, zack. Wo bist du hier? Ich mach das GNU noch fertig, gerade. Achso, weil ich gerade zwei dir jeden am Arsch habe. Behalte dich mal mit deinem GNU. Ja, 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 ja. Warum hast du auch keine Waffen? Ich weiß nicht, ich pass nicht zum Outfit. So. Ja, gut. So, trau ich mich noch zu fragen, welches Level du unterbesessen bist, oder? Lass ich die Frage lieber. Warte mal, ich muss mal gerade gucken, ob ich mich jetzt richtungstechnisch falsch orientiere, ja, ein bisschen. Ja, also ich könnte mir nur vorstellen, dass tatsächlich beim, äh, konvertieren, äh, das Videos vielleicht irgendein Fehler aufgetreten ist, den, den ich nicht gesehen habe, ähm. Möglich, ja. Ja, aber... Eigentlich... Eigentlich war alles gut. Du sagst Bescheid, wenn ich dir wegrenne? Ja, ja, mach ich. Also ich hab auf jeden Fall, weiß ich, dass, äh, bei der zweiten Aufnahme, da war definitiv, äh, OBS irgendwann das Mikrofon weg. Dann warte ich mich im Moment auf der nächsten Straße. Ah da, okay. Wir laufen das Gelände rum. Dann lauf weg. Du weißt, wo ich hinlaufe? Ich seh dich, ja, ja, ich bin direkt bei dir. Ich glaube, Aufgabe, äh, Aufgabe, äh, Folge 1 war in Ordnung, Folge 2 war dann irgendwie tot und Folge 3 hatte irgendwie Rauschen und in Folge 4 war ich wieder abgehackt mit Rauschen oder so. Hm, ja, scheint ja irgendwas völlig daneben gegangen zu sein. Ja, ja, aber es ist, was mich halt wundert, ist halt wirklich, dass, äh, wenn wir zwei uns jetzt so, wie, also wir skypen jetzt zum Beispiel, ne, und die Tonspur, äh, von Lutetia ist dementsprechend, äh, auch in Ordnung und ist auch immer zu hören und er hört mich ja auch. Wenn jetzt wirklich mein Mikrofon hardware-technisch irgendwie ausfallen würde, dann würde er mich ja auch nicht hören. Und das Problem hatten wir ja eigentlich nicht. Genau. Also kann es eigentlich nur an meiner Aufnahmesoftware an OBS liegen, aber da war ich mir ziemlich sicher, dass ich kein, ja, kein Problem gesehen habe. Aber ich habe natürlich jetzt auch nicht, äh, die folgenden 20, 25 Minuten immer auf den, äh, Mikrofonpegel geguckt. Aber, ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu gucken. Und dann muss ich, äh, mal beim Konvertieren nochmal doppelchecken. Ich habe sogar noch einen Blosier angesteckt. Mein Gott, bin ich wieder gut vor Ort. Ist eigentlich eine Fackel dabei, damit deine Zuschauer auch irgendwas sehen? Ähm, ich habe, glaube ich, bei mir das in Gamma ein bisschen höher gedreht. Fackel habe ich natürlich nicht. Du weißt doch, dass es immer dunkel ist. Ja, ja. So, das hier habe ich gebaut, damit man, äh, besser in den Norden kommt. Okay. Ja, also jetzt ist... Und dann ist die Gamma wieder so hoch, dass du auch sowieso alles siehst? Naja, so hoch ist es dann jetzt doch nicht. Aber ich glaube, man sieht, dass da eine Treppe war. Oh. Also hier kommen die ersten Eisenvorkommen. Wollte gerade sagen, oh, Eisen, Eis. Oh. Kannst du gerne mitnehmen, wenn du willst. Äh, jetzt schon, ne? Ist nicht mehr weit. Okay. Komm, werde zu lange. Das ist gar nicht im Eisen. Ich bin nicht im Weg, wenn man nicht lang läuft. Nicht, nicht, nicht. Ich weiß doch, was du gerne hast. Hm. I love mining. Ja, und dann, so zum Überblick, du siehst, hier ist es noch mehr. Das brauchst du jetzt aber auch nicht alles mitschleppen. Jetzt bist du überladen irgendwann. Kommt die Schlange dahin. Ist die uns von unten hoch gefolgt? Die ist uns gefolgt, tatsächlich, ja. Und du hast ihr den Weg voll gemeint. Ja. Ich glaube, die war schon auf dem Rückweg. Oh. Wird es aber wieder hell? Ja. Das ist so. Vielleicht hat er ja endlich mal den Tag-Nacht-Zyklus übernommen, den ich mal vor 30 Folgen eingestellt habe. Du siehst, hier links ist es dann noch mehr und rechts ist noch mehr. Mhm. Mhm. Okay. Und wenn du hier runterläufst, hast du links noch mehr. Alles Eisen. Mhm. Super. Und dann kommst du hier in die Ecke und siehst schon so das, was ich angefangen habe zu bauen. Ach ja. Okay. Und auf der rechten Seite, da wo diese komische Struktur anfängt einzufallen, da ist auch noch ganz viel Eisen. Und hinter der Basis ist noch viel mehr Eisen. Tja, das klingt auch noch ein Job für mich. Also ich glaube, ich kann inzwischen irgendwie 1400 Eisen tragen, ohne überladen zu sein. Mhm. Und krieg nicht mal die Hälfte abgebaut. Mhm. Ach so. Wir sind schon, äh, was ist das? Tier 3 Bände? Nee, das sind nur die isolierten Holzwände, die sind nicht so, nicht so wahnsinnig. Ach, das ist ja schick. Ja, ich, ich dachte, ich baue einen Raum nur für dich. Oh yeah. Da müssen wir aber noch viele Thralls besorgen. Mhm. Deswegen habe ich ursprünglich die Basis hier gegründet, gar nicht wegen dem Eisen, sondern weil man hier genau zwischen, zwischen Neu Asgard und, äh, diesem Wüsten-Schakal-Hauptsitz da ist. Und, ähm, deswegen war das so der Plan, hier zu bauen. Oh yeah. Ähm, bis jetzt sind das, allerdings oben ist noch gar nichts, du kannst ja mal den Turm hochsteigen. Hier oben ein bisschen umschauen, das ist so alles noch nicht so richtig fertig. Huh, äh, darf ich mich hier ausmüllen? Ja, müll dich irgendwo aus. Zack, zack, äh. Festen in den Schränken unter den Treppen. Ja, ich habe doch eine Feckel dabei. Ich stehe ich gerade fest. Die hatte ich nur im Inventar und nicht, äh, in meiner Leiste. Hast du hier, ähm, 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 na, ein Grill? Nee, ich hab hier leider gar nichts. Außer das, was du hier siehst. Okay. Alles noch Bauphase. Alles noch Bauphase. so die schmieden und die die eisen die schmelzen brauchte ich um baumaterial zu produzieren ja sollen wir irgendwo provisorischen kleines campfire hinstellen zum fleisch abbraten mach zu dir kein zwang an okay ich habe hier wie gesagt alles noch bauphase die schmieden werden die schmieden und die schmelzen und die schränke werden jetzt erstmal so stehen bleiben aber alles andere ist noch sehr in der umbauphase dass ich mal gucken ich kann natürlich das auch alles nochmal nicht dass irgendjemand noch sagt ich würde die sache nicht richtig sortieren das ist hier nicht so wichtig die sind noch nicht ich habe dann noch keine langfristig geplante ordnung wieso kann ich das nicht reparieren ach so weil ich das nicht geskillt habe ha 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 ähm weapons das will ich erst erst zack obwohl ich die das verloren die ist hier noch nämlich doch die stück das dann ich habe auch sogar meine eisenkeule und meine zwei fesseln noch dabei falls wir irgendwo auf ins roll treffen ja aber dann müsstest du ihn ja zu irgendein dings schleppen wo wir ihn rächen können und dass ich schnell mal hier provisorisch ganz kurz noch mal hier das lagerfeuer hin wie gesagt das ist alles nicht alles kein thema so ich muss mir gerade noch ich brauche normales leder wo habe ich den normales leder versteckt kann ich das reparieren wahrscheinlich nicht was wir jetzt nur operieren und das langschwert wenn es nicht gespielt hat geht das nicht und das stehlande dreieckschild attribute habe ich keine mehr zu verteilen talent wir liegen auch irgendwo ich glaube in einer der schränke findest du auch noch in die gelben lotus trank oder mehrere sogar du kannst doch gerne noch kurz mal umskillen langschwert kann ich noch nicht weil ich noch gar nicht level 30 bin tadaaa das ist aber tragisch das ist ja das ist quasi der knackpunkt bei mir ist der knackpunkt den ich als nächstes erreichen level 50 gut so ein skinning knife kann nicht schaden und mal kurz oben auf die burgmauer wo ja ach schön wir haben auch so eine art dachboden den wo ich noch nicht weiß wie man ihn nutzen soll den findest in einem der zimmer die zugang noch schön ist hier dahinten ist dann wieder das aquädukt muss man auf die karte gucken ja genau da ist die andere bester ok das wollte ich den jetzt noch hier würde ich nur harter unterfall wo ist denn mhm 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 ja nicht runterfallen das kann weh tun das machen wir noch kurz Gott verbraucht das viel stahl wenn man das alles neu produzieren muss so schrecklich viel stahl habe ich gar nicht mehr ja ich würde gerade sagen kann ich dir dann zur not mal meine mein schwert geben dass du das mal reparieren tun könntest ja ja das geht noch das ist kein thema so das kann ich schon mal sagen ähm da war die dritte aber du siehst der plan ist das eigentlich die ganzen wände dann noch auszubauen ich wollte hier so eine holzburg draus machen mhm aber ich habe den materialkosten faktoren bin ich unterschätzt dann schmeiße ich dir mal schnell das schwert hin oder soll es lieber hier irgendwo reinlegen ich lege es da in die schmiede wo der andere kram wieder drin ist mhm so äh das muss ich natürlich erstmal skillen oder willst du eine andere waffe also ich hätte noch ne 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 axt ein knüppel sowas im angebot ne ich mag das schwer du magst das schwer okay skillig das so willst du vielleicht einfach stattdessen das bessere schwert nehmen das wäre die alternative warte ich lege es mal hier in die in die schmiede ist auch noch nicht repariert musst du mir dann sagen welches dir lieber ist mhm wo das kiperschen ja 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 naja ich kann es dann mal ausprobieren ach so das ist auch nicht ähm äh warte dann gehen wir mal nach optik äh auch hier oben man auch mal probieren so und Prozent gleich ist es sowieso wieder der Fackelhalter hin und zu der Mauer einer Hörigen das andere Schild anschauen das ist ein gelegt haben und soll ich eigentlich mitnehmen und ich kann dir das auch problemlos überlassen um aus Teil zum zum Schwert ja, ist auch nett passt auch zur metallen Anrüstung so, dann repariere ich dir mal das das Skill kostet noch 10 Skillpunkte das Ancient Corpish na, ein Glück so, das ist repariert sehr nice die nächste Schilde kann ich ja hier gar nicht herstellen, naja, egal ich brauche auch nicht unbedingt eins ja, sieht doch mal da brauche ich noch ne Fackel, was muss ich denn für die Fackel was brauche ich denn für ne Fackel Kohle und Stöcker ja, ja, am Hang, den ganzen Hang entlang, überall, ohne Ende ja, das wollen wir dann nächste Folge machen, dass ich diese ja dann quasi jetzt schon dem Ende nähe ich weiß nicht, du kannst 20 Minuten Eisen nachbauen naja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt in der Aufnahme zeigen, auch wenn ich persönlich damit kein Problem hätte aber ich glaube, das wollen viele nicht sehen ja, also wir haben die Möglichkeit, entweder den Norden zu erkunden, den man ja wirklich nicht kennt da ist es längst so kalt, dass wir wahrscheinlich schnell afrieren oder wir gehen mal nach Osten, da gibt es ein Gebiet, was ich auch noch nicht erkundet habe das ist aber ein weiter Weg sozusagen, nehmen den Weg bis in den, bis zum Rand des Dschungels, nehmen wir nicht mehr in die Aufnahme hm, wenn wir dahin gehen sollten ja, ich persönlich wäre tatsächlich für Osten, weil wir den ja schon mal zeigen wollten, da war aber die Barriere noch aktiv ja, dann lass uns das doch einfach machen wollen wir dafür dann nochmal über das Piratenschiff gehen und das, äh, noch mit ich glaube, das müssen wir, wenn du möchtest, natürlich, aber ja, das könnte man vielleicht einfach so nochmal machen, zum Skilling, sag ich mal vielleicht kriege ich dann noch drei Skill-Punkte so, wo ist denn eigentlich der dober Wasserschlauch? dafür brauche ich heute, ich habe keine Worte alles so Leder verarbeitet nee, man farmt hier oben halt keine Häute also keine normalen ok deswegen gibt es hier keine beziehungsweise nur zwei oder drei ach, liegt hier viel Eisen rum ist das schön das ist, ich sag ja, das ist dein Paradies hier ich könnte ja den ganzen Tag nichts anderes machen ja, hier in der Basis kannst du auch den ganzen Tag nichts anderes machen wenn du in der einen nicht gefertigt bist mit Farben, ist die andere schon wieder nachgesprochen ja, schön mir ist auch relativ harmlos, also der einzige Gegner ist hier, wenn du aus dem Hinterausgang, aus der kleinen Tür rauskommt, links der kleinen Anhöhe ist so ein Hübsch, aber das ist auch alles, was hier rummacht der ist noch super ach, da hinten, da hinten gehen ich da nicht äh, komm mal kurz mild ok noch ein Eisen, noch ein Eisen, nur noch ein Eisen er kann so erstmal das Eisen wieder abwerfen, wenn du willst ja, sollte ich wohl Tasche vor ist ja alles nicht so weit, oder? zum Glück das ist das bequeme an dieser Basis, ich hab sie genau da auf dieser riesen Landschaft gebaut, wo nichts war überall drumherum ist Eisen ohhhh, ja noch mal da mal 300 rein hier 300 da können wir hier noch ein bisschen was reinschmeißen BAM BURN BABY BURN jetzt häng ich hier in der Tür warst du wieder am klettern? ich wollte eigentlich nur reinlaufen, jetzt häng ich in dem BAM Türrahmen scheint das er keine Klimmzüge machen kann hier so ich nehm mal noch das Schild mit, was du da zurückgelassen hast für den Fall der Fälle mhm ähm, ja das Problem in der Basis ist, es gibt noch kein äh, Brunnen das heißt, ich zeig dir mal kurz, wo die Wasserquelle ist solltest du hier mal ohne mich unterwegs sein ist leider nicht um die Ecke ok da musst du erstmal hier hoch da siehst du doch schon wieder Eisen überall sehr gut, sehr gut hab ja gestern, äh, in Elite Dangerous auch wieder nichts anderes gemacht als und zum Wasser geht's hier äh 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 da drüben ist das doch und hier unten ist dann oh Gott wie er ja, der stolpert man fast rein so, ich brauche es zuerst, deswegen nicht mal Wölfchen töten ja, na, das ist doch mal ne Wasserquelle so ja, Neu Asgard siehst du bereits ja da war ich auch noch nicht drin ich war, ich war, glaube ich dritten war ich tatsächlich auch noch nicht sollen wir das einfach mal machen, da reingehen läuft denn die Aufnahme noch? noch, ja aber äh, nicht mehr für diese Aufnahme wie du möchtest ich bin mir nicht sicher wie gut wir uns in Neu Asgard schlagen ich glaube nicht besonders ja und glatt war alles klar ja ja ja, gut dann äh, sag ich erstmal vielen Dank fürs äh, zugucken und äh, wenn es euch gefallen hat und äh, meinen Ton wieder nicht ausgesetzt hat äh, lasst uns doch einen Daumen hoch da und einen Kommentar und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder von äh, Conan Exiles also, bis wiedersehen auch, bis wiedersehen Tschau